Wir tauchen ein in die Faszination der Berge und der Natur. Wir stellen euch die grossen Abenteurer und Grenzgängerinnen vor. Wir bringen denkwürdige Momente und kulturgeschichtliche Hintergründe in euer Ohr. Wir wollen euch begeistern. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Barbara. Ja, hallo an alle. Barbara, wir haben jetzt schon Folge 15. Also es geht da hin. Jetzt haben wir wieder in unserem zweiwöchentlichen Rhythmus angelangt. Und zum Start in diese Folge 15 spiel mal ein kleines Spiel. Okay, bin ich gespannt. Wir fangen mit einer ganz leichten Frage an. Wie viele Berge gibt es auf der Welt, die über 8000 Meter hoch sind? 14. Genau, die 14 Achttausender. Jetzt dachte ich, das ist jetzt eine Fangfrage mit... Nein. Ja, okay, aber 14. 14 Achttausender. Und jetzt kommen wir gleich in Phase 2 unseres Spiels. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Denn... Ein Level Up. Ja, denn wir versuchen jetzt, diese 14 Berge zu nennen, Barbara. Okay. Soll ich das jetzt anfangen? Ja, kannst du einmal anfangen, was dir einmal so einfällt. Also, okay. Das wird jetzt sicher ein peinliches Berg-Podcast. Das ist der Mount Everest. Daneben der Lohzee. Ja. Dort dann noch der Choyu. Mhm. Der Makalu. Und der Manaslu. Ja. Weiter im Westen, die Annapurna. Mhm. Und da Puh ist da noch irgendwas daneben. Irgendwo gibt es noch Gashibrum 1 und Gashibrum 2. Ja. Und den K2, weil das ist irgendwo in Pakistan. Also, bis jetzt, bis zu den Gashibrums, waren die Berge alle im Himalaya. Und dann hast du Gashibrum 1, 2 genannt. Und K2, das ist auch richtig. Die seien im Karakorum. Ja, da war ich noch nicht. Deswegen kann ich dir nicht so gut zuordnen. Auf jeden Fall nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, die sind eben im Karakorum. Ist zwar auch in Asien, aber eben ein anderes Gebirge als der Himalaya. Mhm. Fallt da sonst noch was ein? Ja, dann gibt es noch den Broad Peak. Aber das ist wohl irgendwie ein anderer Name. Ja, da passt schon. Okay, das ist ein eigener Name. Ja, der Hidden Peak, auf den spielst du wahrscheinlich an. Und das ist der Gashibrum 1. Also, ich weiß das jetzt, weil ich es da recherchiert habe, jetzt extra dafür. Sonst würden mir da jetzt auch nicht so alle einfallen. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Kanchen Zünger. Der ist irgendwo eher bei Indien oder Nordindien halt, oder? Genau, also der ist ganz der, wie viel Iwas? Der östlichste Achttausender. Mhm, mhm. Ja, du bist schon sehr gut am Weg, Barbara. Es fallen nur drei, wenn ihr richtig mitgezählt habt. Oh, es fehlen noch drei. Boah. Wo dann? In welchem Bereich fehlen sie? Äh, es fehlen noch drei Himalaya-Berge. Wirklich? Also, die vom Karakorum hast du schon ausgespielt. Was? Und die Himalaya? Hab ich da nur... Ach so, na, der ist nicht Achttausender Nupze, oder? Na, der ist gerade nicht Achttausender. Mhm. Wenn du denkst an den ganz bekannten Kinofilm von Reinhold Miesner. Äh, ach so, Nanga Babad. Das ist auch ein bekannter Berg, ja, alles klar. Ja, genau. Und... Ah, dann gibt's noch den, äh, Schissapangma. Ja, genau. Und dann fehlt noch ein Berg in der Nähe der Annapurna, vis-à-vis. Die, auf der anderen Seite, durchschnitten von einem Tal. Und mit dem Tal zusammen bilden die Berge eines der tiefsten Täler, wenn jetzt sogar das tiefste Tal überhaupt. Aha. Und ja, da drüben, da war ich auch noch nie. Aber, ähm, was ist denn der Anfangsbuchstabe? Ein D. D wie... Ah, Daulagiri. Ja, genau. Daulagiri. Man kennt sie eh alle, aber so aufzählen ist immer so blöd, ja. Sehr gut, Barbara. Das waren jetzt alle 14. Du hast das ohne den Publikumsjoker geschafft. Also ohne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, die haben aber fleißig mitgeraten. Jetzt haben wir die 14 Achttausender aufzählt. Und darüber werden wir heute nicht sprechen. Äh, weil wir ja Folge 15 machen und da geht es um den 15. Genau. Na. Ja, und jetzt haben wir Level 3 in unserem Spiel. Okay. Die Gretchenfrage. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Barbara, was ist denn jetzt der 15. höchste Berg der Erde? Jetzt habe ich okay. Ich habe mir jetzt gedacht, jetzt kommst du mit, ja. Aber eigentlich gibt es den 15. Achttausender, weil das war ein Messfehler. Und wenn man jetzt das Niveau von, keine Ahnung, dem anderen Meer nimmt, dann irgendwie sowas? Nein, es ist ganz einfach. Es geht nur um den 15. höchsten Berg der Erde. Ja, das ist lustig. Das ist echt lustig. Boah. Ja, kennt man den? Ja, Barbara, du solltest eigentlich schon vorinformiert sein. Wir haben den Berg erst im Frühjahr selbst mit unseren eigenen Augen gesehen. Ah. Okay, dann weiß ich schon, das war der, der dazwischen Chou Yu und Everest zugestanden ist, oder? Ja, genau, genau, genau. Weil es ihn immer wieder hieß. Ja, ich verwechsel, oder ich vergesse den Namen mehrmals, auch habe den Namen mehrmals vergessen, während die die Folge jetzt vorbereitet haben. Na, optimal. Dann jetzt machst du eine Folge drüber. Der Berg heißt Gia-Chun-Kang oder Gia-Chun-Kang. Ich weiß nicht ganz, wie man das ausspricht. Das ist wahrscheinlich wohl chinesisch. Mhm. Also Gia-Chun-Kang. Mhm. Ich glaube, ich habe das gar nicht gewusst, das klingelt nicht. Wir haben ihn nur immer angeschaut und gesagt, ah ja, das ist der. Ja, wir haben ihn angeschaut und ihn verwechselt sogar. Wir haben gedacht, der ist der Chou Yu, obgleich seiner schönen Form. Auf jeden Fall der Gia-Chun-Kang, das wird heute ein zentraler Punkt unserer Folge sein. Also, ich erkläre kurz ein bisschen für all die, die den Berg noch nicht gesehen haben. Du hast ja schon gesagt, wo er ungefähr liegt. Aber der Berg ist 7.952 Meter hoch, liegt eben im Himalaya, am Grenzkamm zwischen Nepal und Tibet. Das heute eben zu China gehört. Und wie du richtig gesagt hast, zwischen seinen größeren Nachbarn, dem Mount Everest, der ja mit 8.848 Metern der höchste Berg der Erde ist. Und der Mount Everest liegt im Osten des Gia-Chun-Kang und im Westen liegt der Chou Yu, 8.188 Meter hoch. Mhm. Und wenn du jetzt ein Vöglein wärst und da auch zwei Flügel hättest, dann wären es für dich in direkter Linie nur etwas mehr als 8 Kilometer vom Gipfel des Chou Yu. Und ungefähr 21,5 Kilometer vom Gipfel des Everest bis zum Gipfel des Gia-Chun-Kang. Mhm. Ist der Chou Yu, wenn du das gesagt hast, 8.1 irgendwas, ist das dann eigentlich der niedrigste 8.000er oder gibt es da nur irgendwas? Nein, nein, bei Weitem nicht. Oh. Was ist der niedrigste 8.000er? So viel ich weiß, die Annapurna. Na, wirklich? Okay. Dann schaue ich kurz, dann können wir das klären. War schwierig. Muss ich leider nachschauen, das weiß ich nicht auswendig. Also, der Chou Yu ist der sechshöchste Berg der Erde. Oh. Oh. Okay. Mit 8.188 Meter eben. Und der, ah, war ich nicht richtig, Annapurna ist der zehnthöchste. Mhm. 8.091 und der niedrigste ist der Shishapangma. Mhm. Mit 8.027 Meter. Okay, also eigentlich viele so niedrige 8.000er, Anführungszeichen. Und wenn irgendwer nochmal genauer nachmisst und irgendwas, ja, einem das aberkennt, dann sitzt da gerade der Shishapangma quasi am, wie sagt man, am Schleudersitz? Fals, weiß man ja nicht, oder? Vielleicht kann man irgendwann, ne. Also, Grenzkamm, Nepal, Tibet und auf der nepalesischen Seite befindet sich ein Nationalpark, der nach dem nepalesischen Namen des Mount Everest benannt ist. Und du weißt bestimmt, wie der Park heißt, oder? Das Sagamata. Genau, das Sagamata Nationalpark. Und Sagamata bedeutet, übersetzt so viel wie Stirn des Himmels. Mhm, ich hab irgendwie gedacht, mit Mutter, oder war das das tibetische Wort, das irgendwie Mutter von irgendwas? Ja, ich glaube, es gibt noch das Chomolungma, kann ich schnell nachschauen, da bin ich jetzt auch wieder nicht leider sicher. Chomolungma, Chomolungma ist wohl der Name, aber was bedeutet der jetzt? Ja, genau, bist du richtig gelegen mit der Mutter, das ist Mutter des Universums, bedeutet Chomolungma. Oh, wow. Der Stirn des Himmels, Mutter des Universums, oder ganz europäisch, unkreativ, Mount Everest. Ja, da sind die anderen Namen dicker aufgetragen, irgendwie. Ja, was ich ganz interessant gefunden habe, im Stirn des Himmels, ballt dir noch ein Berg ein, der in einem Lied seine Stirn hoch in die Lüfte reckt. Ah ja, Folge 16. Dieser, dieser, wenn wir die schon aufgenommen haben. Wo König Ortler seine Stirn hoch in die Lüfte reckt. Das Südtirol-Lied. Ja, genau. Die Stirn hat sich wohl nicht nur in Nepal, sondern auch in Europa, da in Südtirol als Bezeichnung für einen Berg etabliert. Ja, das war nur eine kleine Bemerkung am Rande. Also kommen wir zurück wieder zum... Unser Berg, wie heißt er? Giaschunkang. Ja, Schunkang. Jetzt fragen wir uns natürlich alle, wann wurde denn der das erste Mal bestiegen? Ja, wahrscheinlich voll spät, weil es keinen interessiert hat, oder? Ja, würde man annehmen. Aber tatsächlich ist es gar nicht so. Also schon relativ spät, immer natürlich relativ, wenn man das in Relation setzt zu den anderen 8000er-Besteigungen. Also er wurde am 10. April 1964 insgesamt von einem fünfköpfigen Team erst bestiegen. Interessanterweise 22 Tage vor dem letzten 8000er. Also es war damals noch... Also 13 8000er waren bestiegen. Einer war noch offen und... Welcher? Ja, welcher? Das ist jetzt die Frage und wir haben davor schon drüber geredet. Das ist der niedrigste 8000er. Hast du da gemerkt, welcher das war? Ja, natürlich. Der Schießer Pang. Ja, genau. War witzig, dass die dann nicht den 8000er machen wollten, den letzten, sondern den... Punkt, 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 schon wieder vergessen, Berg von heute. Giaschung Kang, Barbara. Giaschung Kang. Giaschung Kang. Also G-Y-A-C-H-U-N-G und dann K-A-N-G. Giaschung Kang. Okay, ja. Erfolgreich waren dabei eine japanische Expedition über den Nordwestgrad, also von Tibet startend. Allerdings gab es bereits schon bei dieser ersten Besteigung ein Todesopfer zu beklagen. Die erste Besteigung von nepalesischer Seite aus ließ dann länger auf sich warten. Zu schwierig ist die vereiste, trichterförmige und bedrohlich wirkende Südwand, die wir ja selber gesehen haben. Über deren begrenzenden Südwestpfeiler gelang es dann aber schließlich einer französisch-nepalesischen Expeditionsteam, den Gipfel zu erreichen. Und das war zugleich die zweite Besteigung und die erste ohne künstlichen Sauerstoff. Ah, okay. Die haben das klar so gemacht. Die schwierige Nordwand, also jetzt wieder von Tibet aus, wurde 1999 erfolgreich von einem slowenischen Team durchstiegen. Und das war die vierte Besteigung überhaupt erst des Berges. Was? Wirklich? Oig. Wie viele Leute waren da mittlerweile oben? Weiß man das oder auch nicht? Gute Frage. Bin ich leider überfragt. Vielleicht weiß ja einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer mehr und kann uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also, Jahre 1999 die Besteigung, die Durchsteigung der Nordwand. Und im Jahre 2002 nahmen dann die Japanerin Taeko Nagao und der Ehemann Yasushi Yamanoi erneut die schwierige Route durch die Nordwand in Angriff. Also, sie wollten jetzt diese Slowenen-Route wiederholen. Mhm. Yamanoi war bereits ein berühmter Einzelgänger und Kenner des Gebiets. So war er bereits vorher allein durch die Südwestwand des benachbarten Choyu gestiegen und auch über die Westwand und den Südwestgrad auf den Gipfel des Amadablams, der sich ja auch in der Region befindet und jeweils auf neun Routen. Im Jahr 2000 stieg er in insgesamt nur 48 Stunden vom Basislager bis zum Gipfel des K2, den zweitöchsten Berg der Welt, den du eben vorher schon richtig genannt hast, als einen der 14 Achttausender. Mhm. Und der K2 war ja schon einmal Schauplatz eine unserer Folgen und zwar in unserer aller, allerersten Folge über Walter Bonatti. Walter Bonatti. Gleichzeitig, ja. Und zusammen jetzt mit seiner Frau, eben Daeko Nagao, versuchten die beiden sich nun im Jahre 2002 an der Nordwand des Kiaschungkang. Vom Basislager aus stiegen sie zunächst auf ein höheres Lager auf, das auf ungefähr 6100 Metern liegt und am Fuße der Route liegt, welche eben die Slowenen im Jahr 1999 durch die Nordwand eröffnet haben. Und diese Route wollten die beiden, wie schon vorher gesagt, wiederholen. Mhm. Bis zu dem Lager, eben auf 6100 Meter, wurden sie auch von ihrem Support-Team begleitet, welches dort auf die Rückkehr der beiden warten sollte. Sie kamen rasch voran und konnten dann mit Hilfe eines Biwaks bis auf 7500 Metern schon vorstoßen. Dort bewakierten sie erneut und... Flauschig, klingt gemütlich. Über Nacht schlug dann aber allerdings das Wetter um und ein starker Schneefall setzte ein. Und was kommt oft einher mit starkem Schneefall? Natürlich Wind und Kälte. Kalt, kalt, kalt. Yasushi Yamanoi erkannte bereits violett verfärbte Zehen am rechten Fuß und, ja, das bedeutet nichts Gutes, es waren schon erste Anzeichen ernsthafter Erfrierungen. Und Daeko Nagao fühlte sich zunehmend unwohl und entschied sich dann auch, den Aufstieg abzubrechen. Mir wird schon ganz kalt, wenn ich dran denke, kriege Ganselhaut. Ja, Sushi entschied sich trotz des schlechten Wetters, den Aufstieg fortzusetzen. Daeko würde im Zelt auf ihren Pater warten, bis dieser eben vom Berg zurückkehrt und dann würden sie gemeinsam den Abstieg fortsetzen. Das klingt schon mal nach einem, naja, komischen Plan, finde ich, ehrlich gesagt. Ja, wir werden noch... Zweit gehst und dann so lange warten und okay, aber ja. Wie du schon siehst, die Beschreibung wird detaillierter, das heißt, wir werden uns jetzt ein bisschen mehr dieser Geschichte widmen. Also, Yasushi entschied sich zum Aufstieg trotz der fortschreitenden Erfrierungen im Fuß, schaffte er es aber noch am selben Tag, am frühen Nachmittag, allein bis zum Gipfel des Giaschungkang. Nach einiger Zeit am Gipfel steigt er wieder ab und erreicht seine im Zelt wartende Frau. Also, soweit ist jetzt alles einmal nach Plan verlaufen. Die beiden verbringen dort eine weitere Nacht, das Lager auf 7500 Metern. Am nächsten Tag setzen sie zwar den Abstieg fort, aber aufgrund des noch immer schlechten Wetters und der großen Neuschnellmengen kämen die beiden nur langsam voran. Bereits wenige hundert Höhenmeter tiefer müssen die beiden erneut bivakieren und das diesmal leider sehr, sehr ungemütlich auf einem knapp 10 Zentimeter breiten Absatz. Boah, ich fühle mich so mit, das tut mir so leid. Ja, ihr Zelt haben sie natürlich auf den 10 Zentimetern nicht positionieren können. Das haben sie dann wie eine Decke über ihre Köpfe gehalten und dort ausgeharrt. Ja, da kriegt man keine Lust auf Höhenwerksteigen, bei der Vorstellung. Während sie also dort so saßen, war es nicht nur kalt, es war nicht nur windig, es gab nicht nur viel Schnee, denn was passiert, wenn viel Schnee in kurzer Zeit sich so ansammelt, meistens mit Wind gepaart? Es wird wahrscheinlich irgendwie Lawinen gefährdet. Genau, das heißt, während sie dort so gesessen sind, sind natürlich Lawinen über sie hinweggezogen, nämlich drei an der Zahl. Das Wetter weiterhin sehr stürmisch. Der Schnee und vom Wind ständig neu aufgewirbelter Schnee minimierten zudem nur die Sicht. Aufgrund der besonders schlechten Bedingungen war ein weiteres Ausharren jetzt dort nicht mehr möglich, denn es hätte wohl im Tod durch Erfrieren geendet. Das heißt, die beiden mussten sich irgendwie bewegen, die beiden mussten weiter. Oh Gott, sind jetzt eigentlich den Normalweg, wenn man den so bezeichnen kann, runter? Oder wieder da diese Slowenenwand? Wieder dort zurück, doch, wo sie rauf sind. Ach so, huch, okay. Ja. Taeko Nagao wurde beim Versuch, weiter abzusteigen, von einer Lawine getroffen und mit dem Kopf gegen einen Felsen geschleudert. Aha. Glücklicherweise waren die beiden aber durch ein Seil verbunden, das sich dann in einem Fels verkeilt hat, ansonsten wäre Taeko Nagao wohl in die Tiefe gerissen worden. Yasushi Yamanoi konnte seine Frau im Sturm nicht mehr sehen und diese war sogar kurz bewusstlos durch den Schlag auf den Kopf und verlor dabei auch noch viel Blut. Bei dieser unglücklichen Situation verlor sie auch noch einen Handschuh und als ob das noch nicht genug wäre, ist ihre Sicht zusätzlich noch eingeschränkt worden, denn sie konnte an ihrem linken Auge nichts mehr sehen. Aber ihr Überlebenswillen war noch nicht gebrochen. Sie erlangte schnell ihr Bewusstsein zurück und klammerte sich mit den Eisechsen und Steigeisen an die steile Wand, während ihr Mann versuchte sie zu erreichen, aber der Berg war weiterhin unerbittlich. Eine weitere Lawine riss ihm die Schutzbrille weg und beeinträchtigte in der Folge seine Sicht. Innerhalb kürzester Zeit konnte er fast nichts mehr sehen. Schnee, Wind und eisige Kälte setzen dem ungeschützten menschlichen Auge einfach extrem zu und deswegen ist es einfach wichtig, bei solchen Bedingungen eine geschlossene Brille zu haben. Nicht nur so eine Sonnenbrille, wie wir sie so kennen, sondern die wirklich rundum beim Glas bündig an das Gesicht anliegt, damit wirklich kein Wind und kein Schnee an den Seitenrändern in das Auge geweht wird. Ja, aber sie hat einen Stern aufs Auge gekriegt oder warum hat sie nichts mehr gesehen? Ich glaube durch den Schlag und dann durch die Kälte und den Schnee im Auge, im Gesicht. Okay. Mehr oder weniger benötigte Yasushi Yamanoi vier Stunden, um Daeko endlich zu erreichen. Und die beiden setzten dann sofort den Abstieg fort, welcher weiterhin sehr beschwerlich und äußerst langsam vor sich ging. Und wenn etwas lange dauert und man lange mit etwas beschäftigt ist, dann bricht natürlich irgendwann wieder die Nacht herein und so waren die beiden erneut gezwungen zu biwakieren. Am nächsten Tag konnte Yasushi wenigstens an seinem linken Auge wieder etwas sehen. Also er war ja vorher mehr oder weniger komplett blind. Dafür ging es jetzt seiner Frau schlechter, denn sie hat jetzt das Augenlicht an ihrem zweiten Auge auch noch verloren. Irgendwie schafften die beiden es, ihr erstes Lager zu erreichen. Also das Lager, in welchem das Support-Team auf sie warten sollte. Sollte? Genau, sollte, denn es war leider niemand mehr anwesend. Oh nein. Sie übernachteten in dem Lager und setzten dann total erschöpft und schon der Verzweiflung nahe den Abstieg am nächsten Tag fort. Also die anderen, das Support-Team hat sich schon aufgegeben gehabt, oder wie? Genau, die waren schon nicht mehr dort. Das Wetter war einfach extrem schlecht und die haben schon den Abstieg angetreten, dass sie gedacht haben, die beiden wären schon tot. Ja. Wird totgesagte leben länger, oder? Ist das nicht so? In dieser Geschichte glaube ich schon. Oh, ich hoffe. Ich hasse schierige Geschichten. Schlafe schlecht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Abstieg am nächsten Tag, jetzt von ihrem ersten Lager runter, dauerte zehn Stunden. Daeko Nagao, immer noch blind, und Yasushi Yamanoi waren aber erneut zu einem Biwak gezwungen, und diesmal am Gletscher des Kiaschungkang. Am darauffolgenden Tag schaffte es dann Yamanoi endlich ins Basislager, während Daeko noch im Biwak am Gletscher ausharte. Das war jetzt insgesamt der sechste Tag im Sturm. Und seitdem haben die beiden nichts mehr gegessen. Denn bei den harten Bedingungen, sie waren dann jetzt vorbereitet für so eine lange Zeit. Und zudem in der Lawine, welche Daeko bewusstlos gemacht hatte, verloren sie ihr Feuerzeug und waren deswegen auch nicht mehr in der Lage zu trinken, denn dafür hätten sie mit ihrem Kocher Schnee schmelzen müssen, damit sie Wasser bekommen. Einfach sechstags nichts trinken, geht wohl nicht, oder? Ja, du kannst Schnee essen, aber da ist es halt nicht so effizient, nicht so toll, kühlt die dort nur zusätzlich aus. Im Lager ankommen fanden sie dann eine Person vor, und zwar den Expeditionskoch. Alle anderen sind schon abgestiegen, denn wie vorher schon eben gesagt, sie dachten, sie wären schon tot. Im Lager schafften sie es dann endlich, Hilfe anzufordern und die Hilfe traf Aspalt ein und sie konnten dann mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, gebracht werden. Und jetzt gleich die guten Nachrichten vorweg, beide überlebten. Sehr gut, mit ein paar Zeichen weniger. Kommen wir jetzt genau dazu. Yasushi Yamanoi verlor vier Finger und all seine Zehen am rechten Fuß, wenn du die zurückerinnerst, bereits beim Aufstieg schon erste Erfrierungserscheinungen aufwiesen. Heute trägt er verschieden große Schuhe, nämlich 40,5 am linken Fuß und 35,5 am rechten Fuß. Das ist also, wenn alle Zeichen weg sind, ja. Ja, okay. Ein bisschen sein Markenzeichen jetzt, oder wie? Fünf-Nummern-Unterschied, ja. Er muss wohl seinen Bergsteiger-Pendant finden, der den anderen Fuß ziehenlos hat. Daeko Nagao hatte bereits schon einige Teile ihrer Finger durch Erfrierungen am Makalu verloren, also von einer früheren Expedition, und verlor nun diese, ja schon teils gekürzten Finger, komplett. Trotz der schlimmen Erfahrungen kehrten die beiden zwei Jahre später, nämlich 2004, an den Berg zurück, also zum Gia-Shun Kang. Aha. Ich zitiere kurz, Yasushi Yamanoi, Also sie sind ein Müllholengang. Ja, also zwei Jahre später, im Jahr 2004, kehrten wir nun zurück, konnten es aber leider nicht mehr finden. Mhm. Also sie hatten die gute Absicht, den Müll noch vom Berg runterzuholen, aber konnten ihn nicht mehr finden. Oh nein. Und so endet die mit Lawinen, Sehverlusten und Erfrierungen gespickte Geschichte an der Nordwand des Gia-Shun Kang. Allerdings nicht noch unsere Folge. Yasushi und Daeko hörten mit den Bergsteigen nicht auf. Ihnen gelangen weitere alpinistische Höchstleistungen. Im Jahr 2021, also letztes Jahr, erhielt Yasushi Yamanoi die wohl prestigeträchtigste Auszeichnung unter den Bergsteigern. Wir haben das schon einmal ein bisschen erwähnt gehabt bei anderen, nämlich den Piole d'Or, also den goldenen Eispickel. Mhm. Für sein Lebenswerk. Und er konnte somit getrost in einem Atemzug mit anderen Preisträgern wie Reinhold Messner oder Walter Bonatti genannt werden. Mhm. Ob allein mit seiner Frau oder mit Freunden, Yasushi Yamanoi hat beim Klettern viel Kreativität, Engagement und Ausdauer bewiesen. Sein minimalistischer Stil und seine oft diskreten Aufstiege ebneten den Weg für jüngere japanische Kletterer, die im modernen, alpinen Stil unterwegs sind. Zusammen mit seinem großen Respekt für die Umwelt machen diese Eigenschaften Yasushi Yamanoi zu einem würdigen Empfänger des 13. Piole d'Or. Mhm, also das war die Begründung. Genau, die Begründung für den Preis. Okay, ja, ich denke mir als Japaner ist das sicher, ja. Ja, was Besonderes oder erst recht, auch wenn es natürlich vorher auch japanische Bergsteiger gab, aber... Zu einer Seite ist er der erste Nicht-Europäer oder Europäerin und der erste Nicht-US-Amerikaner, der den Preis erhält. Also sie haben vorhin zwölf den Preis erhalten, darunter auch eine Frau. Das waren alle Europäer oder eben US-Amerikaner. Ja, das hat sicher Vorbildfunktionen auf die jüngeren japanischen Alpinisten. Das kann ich mir sehr vorstellen, ja. Ja. Yasushi Yamanoi war nicht nur der erste Japaner, der diese Auszeichnung erhält, sondern mit zur Zeit der Auszeichnung 56 Jahren auch der jüngste. Ah, okay. Piole d'Or gibt es mehrere Kategorien. Das ist der Piole d'Or für sein Lebenswerk und natürlich ist es Vorteil, wenn man ein bisschen älter worden ist. Wenn man das Lebenswerk, da muss man lange geliebt haben, ja. Ich weiß nicht, Barbara, wie es dir ergeht, aber mir persönlich war Yasushi Yamanoi im Vorfeld dieser Folge überhaupt nicht bekannt. Also ich bin erst im Zuge meiner Recherche über den Gia Shun Kang auf ihn gestoßen. Du hast wahrscheinlich auch noch nichts von ihm gehört, oder? Nein, 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 nein. Aber ich verfolge das auch nicht, ehrlicherweise, wie er jetzt diesen Piole d'Or kriegt oder nicht, aber nie gehört. Ich finde seinen Namen lustig mit Yasushi, so kann ich mir merken. Der Name vom Berg ist schwieriger, wenn der Japaner Yasushi heißt, das ist gut. Also den werde ich mir merken. Ja, ich hoffe, dass sie das richtig ausgesprochen haben. Ich bin ja des japanischen und des chinesischen, neben dem Berg Gia Shun Kang, nicht mächtig. Aber ich hoffe, dass man das so ausspricht. Ansonsten bitte möge man mir verzeihen. Vielleicht merkst du dir jetzt den Yasushi. Ja, Sushi. Ich denke, dass sie sich in dieser Geschichte allerdings gleich und gleich gefunden haben. Nämlich Yasushi Yamanoi auf der einen Seite, sein stiller Star des Bergsteigens, und auf der anderen Seite Gia Shun Kang, der große Unbekannte, der 15. höchste Berg der Erde. Oh ja, das ist ein schöner Konklusio. Ja, vielleicht. Das ist cool, ne? Vielleicht ist das die Anziehungskraft, die er auf ihn ausgeübt hat, der Berg. Ja, ein bisschen unbewusst. Spannend. Und das war meine Folge, liebe Barbara. Ja, sehr cool. Na, danke. Na, finde ich cool. Also, ihr habt von dem Yasushi auch noch nie was gehört. Und ich bin froh, dass ich jetzt einen mini, mini Einblick in dem sein Leben gekriegt habe. Und ja, lustig, dass du jetzt eine Folge über den Berg gemacht hast, die wir immer gesehen haben. Und schaut ja echt ganz beeindruckend aus. Ja, und wenn man da auch zum, so für Folge 15 passt das einfach gut. Und die von den anderen, glaube ich, hört man öfter. Auch, glaube ich, wenn es da genügend Geschichten darüber zu erzählen gibt. Vielleicht hören wir mal die eine oder andere auch. Ja, hier bei uns, aber jetzt für Folge 15 habe ich mir gedacht, müssen wir den Yasushi und Kang einmal ins Rampenlicht stellen. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für die ausführliche Recherche und Erzählung. Danke dir, Barbara, fürs Zuhören. Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Damit verabschiede ich mich und freue mich schon auf die nächste Geschichte in zwei Wochen. Die ich ja erst schon ein bisschen geteasert habe jetzt versehentlich. Wir sind ja nicht ganz chronologisch mit dem Aufnehmen. Ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt ein Happy End der Geschichte gegeben hat, weil sonst könnte ich jetzt nicht gut schlafen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ihr Lieben, ich möchte mich herzlich bedanken für alle Bewertungen und Sternchen und Rückmeldungen und Kommentare, die wir bis jetzt von euch zu unserem Podcast und zu unseren Folgen bekommen haben. Wir freuen uns natürlich immer über mehr und besonders freuen wir uns über Abos auf den diversen Plattformen und man kann uns auch auf Facebook und Instagram folgen und dann erfahrt ihr auch immer, was es Neues gibt und wenn eine neue Folge kommt etc. Auch könnt ihr uns natürlich auf unserer Website besuchen, einfach www.bergeistern.com. Da gibt es auch ein paar Hintergrundinfos über uns und natürlich alle Folgen. Wenn jemand von euch spezifische Kommentare, öffentliche Kommentare zu einzelnen Folgen hinterlassen möchte, der oder die kann das auf YouTube tun und einfach unter der entsprechenden Folge kommentieren. Für die besagten Rückmeldungen, über die wir uns immer sehr, sehr, sehr freuen, schickt uns bitte eine persönliche Nachricht an kontakt.bergeistern.com. Wie immer interessiert uns natürlich auch sehr zu hören, was Bergsteing für euch eigentlich ist. Schickt uns bitte den Teil des Satzes Bergsteing ist für mich ... an ich-at-begeistern.com und wir spielen das dann am Ende der Folgen, also einer der kommenden Folgen ein. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank und danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich sehr. Heute bedanken wir uns bei der Lisa, auch einer sehr, sehr bergbegeisterten Person, Trailrunnerin, Gleitschirmfliegerin und Alpinistin für ihren Einspieler. Danke, Lisa. Bergsteigen ist für mich ein Gefühl von absoluter Freiheit. Es heißt für mich, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, mit den Gedanken ganz weit weg vom Alltag zu sein und einfach den Moment zu geniessen.